Ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Video willkommen heißen. Und zwar geht es heute mal wieder um Notion. Und wir wollen der Frage nachgehen, ob Notion DSGVO-konform ist. Vorab muss ich sagen, dass ich keine Rechtsberatung an dieser Stelle leisten kann und ihr euch selbst noch einen Überblick bzw. rechtliche Beratung final beschaffen solltet. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, was ich zu dem Thema gefunden habe. Auch in Kundenprojekten, wo ich Notion eingesetzt habe, bin ich immer mal wieder auf diese Thematik angesprochen worden. Ich möchte also helfen, ein wenig mehr Licht ins Dunkel zu bekommen. Nicht immer so einfach mit den Tools, die nicht aus Deutschland sind, aber wir werden das schon schaffen. So, bevor es aber so richtig losgeht, noch der Hinweis, die Bitte, wenn ihr unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann macht dies doch ganz schnell. Einfach auf den Abo-Button klicken, die Glocke betätigen. Die ist wichtig, damit ihr dezent auch einen Hinweis auf YouTube bekommt, wenn es neue Videos hier auf unserem Kanal gibt. So, wir legen los und wollen der Fragestellung nachgehen, ob Notion DSGVO konform ist. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die Seite von Notion selbst an, wo es um das Thema GDPR geht, also quasi das Thema DSGVO auf internationaler Ebene. Und hier sehen wir eigentlich sehr schön, dass Notion zertifiziert ist nach dem EU-US Privacy Child beziehungsweise Swiss-US Privacy Child. Und es gibt zudem noch Sublizenzen für Amazon und andere Anbieter. Das heißt, es ist alles sehr konform nach GDPR bei Notion geregelt. Das ist zunächst einmal der Fakt, den wir hier auf der Seite lesen. Das heißt, es gibt hier noch ein paar andere Themen. Thema Consent ist ein Thema, Data Transfers und eben die Subzertifizierungen beim Amazon Web Service, AWS, einer der größten und auch besten Provider, wo dann Notion, nehme ich an, gehostet sein wird. Und da kommen wir auch gleich zu der Fragestellung, inwieweit Aufklärung beziehungsweise Transparenz vorherrscht, wo die Server ihre Standorte haben. Ob es nur einen Standort gibt in den USA, ob es in Europa einen Standort gibt, dazu ist hier nichts zu sehen. Kann ich also nichts Konkretes sagen. Was ganz wichtig ist, ich habe es eben schon mal angedeutet, das EU-US Privacy Child ist eine Vereinbarung zwischen Europa und den USA. Und das schauen wir uns auch gleich mal an. Da gibt es eine Seite, das Privacy Child Framework. Und letztendlich ist es so, vielleicht so ein paar Hintergrundinformationen, was das Thema anbelangt. Gemäß der DSGVO dürfen personenbezogene Daten grundsätzlich nur dann in ein Drittland übermittelt werden, wenn dort ein angemessenes Schutzniveau sichergestellt ist. Nach Artikel 44 ist das so bestimmt. Der Datenschutz in den USA, das wissen wir alle, gilt nicht als der beste, beziehungsweise man ist dort nicht so hinterher. Facebook-Skandal und einige andere, ihr kennt das, von daher muss man da grundsätzlich erstmal vorsichtig sein. Daher dürfen theoretisch keine Datenübermittlungen so einfach getätigt werden. Es gibt eine Ausnahme, und zwar der Artikel 45 DSGVO sieht vor, dass Übermittlungen in ein Drittland dann zulässig sind, wenn durch ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission festgestellt worden ist, dass das Schutzniveau ausreichend ist. Der EU-US-Privacy-Shield, das Datenschutzschild übersetzt, ist eine solche Absprache zwischen der US-amerikanischen Regierung und der EU-Kommission, welche die Anwendung dieser Regelung zum Ziel hat. Und jetzt kommt auch schon die Einschränkung zum Ziel hat. Also, zunächst einmal wichtig ist, wer dort gelistet ist innerhalb dieses Privacy-Shields, der verpflichtet sich mit der Eintragung, also man wird nur dann eingetragen in dieses Framework, wenn folgende Prinzipien sichergestellt sind. Zum einen die Datensparsamkeit, Dann die Datenverarbeitung nur mit Zweckbindung. Dann die Beantwortung von Beschwerden muss innerhalb von 45 Tagen gewährleistet werden und Kooperation im Falle einer Untersuchung muss ebenfalls sichergestellt sein. EU-Bürger, dessen Daten also an ein US-Unternehmen übermittelt worden sind, haben gegenüber diesem Unternehmen dann folgende Rechte. Das Recht auf Information, also genau wie bei uns in Deutschland, auch bei uns muss ein Unternehmen auf Anfrage, auf Nachfrage die Information bzw. Transparenz zeigen, wie die Daten übermittelt werden. Gegebenenfalls auch besteht ein Recht auf Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung. Dann das Recht auf Auskunft, gut, ist mit Informationen nahezu gleich zu setzen, und dann das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten bzw. auch das Recht auf Löschung ist jederzeit zu gewährleisten. Recht auf Inanspruchnahme von Beschwerde, Abhilfeverfahren und Recht auf Einreichung eines Antrages zur Anrufung der sogenannten Ombudsperson. Also, was sagt uns das? Hundertprozentig ist erstmal nichts, denn wir wissen nicht, wo die Server sind. Es ist eine Richtlinie, und das ist schon mal sehr viel wert. Also viele andere Unternehmen haben das nicht, und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, ob Notion hier tatsächlich in diesem Schalt auch wirklich gelistet ist. Wenn ihr das hier oben macht, werdet ihr sehr schnell sehen, da ist nichts, das ist irgendwie die falsche Suche, aber hier Privacy Schaltlist, da klicken wir drauf, und dann seht ihr die Unternehmen, die aktiv und inaktiv sind. Wir wollen natürlich die Aktiven, geben hier mal Notion ein, und hier unten seht ihr es, Notion ebenfalls, da klicken wir einfach mal drauf. Ihr seht, es ist aktiv, also ist diese Form der Vereinbarung noch gültig, inwieweit die dann wirklich transparent für euch ausreichend ist, für euer Unternehmen, das müsst ihr dann individuell entscheiden. Aber es ist erstmal so, dass Notion in diesem Privacy Schalt gelistet ist, und ihr seht das, es ist alles aktiv, und ihr seht dann auch, dass es sich um Notion handelt, hier ist dann auch der Zweck eingetragen, provides online workplaces, productivity tools, and a platform, so that our customers can communicate and operate aspects of their businesses, und so weiter und so fort, das könnt ihr euch gerne durchlesen, also hier seht ihr auch nochmal, dass die Amazon Web Services quasi die Infrastrukturbasis für Notion bilden, also von der Qualität, von der Datensicherheit, beziehungsweise auch Geschwindigkeit ist AWS einer der besten weltweit, und auch ja nicht der günstigste, also da ist schon Qualität hinter, und das seht ihr ja auch, Notion, seitdem ich das nutze, und das ist schon eine ganze Weile, habe ich noch nie einen richtigen Ausfall gehabt, also da steckt schon entsprechende Power und Struktur dahinter. Und hier seht ihr das eingetragen, EU-US Privacy Schalt Framework, und das für die Schweiz auch, also sollten wir Schweizer Zuschauer haben, Firmen wie auch immer, dann gilt das hier auch. Also, das könnt ihr euch anschauen, die Links, die zwei, die ich hier aufgetan habe, werde ich euch unterhalb, oder in die Videobeschreibung packen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal, ja, euren Kommentar dazu abgebt. Ist das für euch ausreichend? Habt ihr noch Fragen zu dem Thema? Auch das können wir im Nachgang ansonsten noch klären, und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn wir am Freitag live gehen, wieder mal zum Thema Notion. Ich zeige euch, wie ich Notion mittlerweile eingesetzt habe, und wollte euch ja immer mal wieder einen Status Quo geben. Ist schon eine ganze Weile her, und es hat sich auch einiges getan. Das schauen wir uns gemeinsam an, und ansonsten freue ich mich auf eure Fragen rund um Notion. Vielleicht könnt ihr mir auch einfach mal Hinweise geben, wie ihr Notion einsetzt, ob vom Fokus her privat, beruflich, im Team oder alleine. Das würde mich extrem interessieren. Vielleicht hat auch der eine oder andere Lust, mal von euch hier einfach mal uns zu inspirieren und zu zeigen, wie ihr Notion nutzt. Da würde ich mich freuen. Auch das können wir gerne mal in einer Live-Session machen. Auch da würde ich mich über Kontakt, eine Kontaktaufnahme freuen, beziehungsweise eine kurze Info in den Kommentaren. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. DSGVO so richtig 100% klären konnten wir es nicht, aber es sind schon einige Voraussetzungen zumindest mal geschaffen, beziehungsweise viel mehr als andere US-Firmen hier zum Thema gemacht haben oder in der Vergangenheit gemacht haben. Final müsst ihr natürlich entscheiden, ob das für euch ausreichend ist, um mit entsprechenden Daten zu arbeiten. Das kann ich euch leider nicht abnehmen. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Vergesst den Abo-Knopf nicht zu drücken beziehungsweise die Glocke. Bis demnächst.